Wir müssen gleich Wasser holen. What if it's one of our guys, or just a scavenger? Too bad. We can't have anyone or anything sabotage our plan. Not this time. This time? We were very close once before. For years, we've been preparing for the final attack. But it took just one man to fuck everything up. That day, Perry, our previous field commander, died, and I inherited control of South Division. Since then, I've been making sure that no one fucks up again. We've got movement. Take position. What do you have? A hooded man's walking down the street. Might be a scavenger. Rivers, you saw him. Is it the same model? Is it the infiltrator? I can't tell. We're waiting for your signal. I think that might be it. You think? Good enough for me. Cease fire! Cease fire! Target down! I repeat, target down! Go check him! Eyes on the target! Proceed with caution! Is he dead? What the fuck? It's the target! He can't get away! Fire at will! He's in the open! He's in the open! He's in the open! It's a fucking machine! He's in the open! Come on! I need a photo! Mist! Mist! Ah! Ah! Ich will einfach nur das Foto haben! Mann! Ist mir so wichtig! Es ist mir einfach so wichtig! Das ist mir richtig! Nur gut! Perfekt! Okay! Wir haben's! Ja! Haben wir! Okay! Nice! Jetzt können wir ihn... Warte! Warte! T850! Oha! Ja! Ja! Alle auf dich! Schon klar! Äh! Okay! Erstmal muss ich nach Loot gucken! Hier gibt's doch bestimmt geheime Türen oder so! Gibt's nix! Na gut! Find ich auch nicht schlimm! Boah! Ah! 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 Oh! Ah! Baby! Ne? Oh! Erann, wie are wir? Habe ich ihn nicht getroffen? Ernsthaft? Uiuiui. Munition. Ja, ich habe nicht mehr so viel. Ich habe nur noch 1500. Jo, was? What? No way. Oh. Oh, ich dachte, er geht weiter. Shoot! Es ist auf den Weg! Ich musste diesmal durchrennen, weil sonst wäre ich wieder gestorben. Tepia, danke schön. Ich ziehe ihm gar nichts ab, ne? Ich musste ihm immer auf den Kopf schießen, sonst ziehe ich ihm keine HP ab. Muss ich mit der Sniper schießen? Inseid! Inseid! Okay. 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 Langsam hat er kein Fleisch mehr auf der Haut. Ich glaube, ich spiele mir Ringerei oder was. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ach, Mann! Warum ist denn das schon wieder ausgerüstet? Ich krieg das Kotzen, ne? Total nutzlos. Das gebrannte Kind. Errungenschaft freigeschalten. Uiuiuiui. Bleib da. Wir sind auf der Weg. Zuflucht des Widerstands. Der Infiltrator ist endlich gefallen. Sein Hyperlegierungskampfchassis war viel widerstandsfähiger als zuvor. Unsere Waffen konnten nichts dagegen ausrichten. Wenn wir es kaum mit einem von ihnen aufnehmen können, dann werden wir gegen eine ganze Armee keine Chance haben. Der vage Grund dafür, weshalb der Infiltrator Skynets beste Waffe war, war jedoch seine Haut. Uiuiuiui. Errungenschaften nicht wissen, war das die Tide der Krieg war. Das Nacht, Skynet won. Errungenschaften nicht. Errungenschaften nicht. Wir brauchen noch mehr Zeit, Connor. Ich weiß, dass du das nicht willst, Herr Kommander, aber wenn du eine Person kannst, kann uns helfen, ist es Dr. Mack. Mack. Wir wissen nicht, ob er ist alive. Er ist. Er ist in den Hollywood-Hillen. Wir wissen, dass ein Zeitpunkt kommen, wenn wir ihn wiederholfen haben, also wir haben ihn gehalten. Errungenschaften nicht. Er hat ihn gehalten, ohne mich zu erzählen. Er hat seine Emotionen geflogen, seine Juden vorhin, Kommander. Das ist das, was ich entschieden, dass Mack's woanders war, was nicht mehr your concern. Das ist blöchst. Er kann nicht nur magisch fixieren, alle unsere Probleme. Er ist ein Mann, nicht ein Gott. Er ist ein Mann, der machte Fehler. Das ist genug, Kommander. Er weiß, was die letzte Mal passiert. Er ist der Grund, dass Perry dead ist. Ich habe gesagt, das ist genug. Sergeant Rivers? Yes, Sir. Okay. Finde Mac. Ich dachte, ich kann das sammeln. Kein Loot für mich. Ich nehme mal an, wenn ich das aufhebe, fängt die Mission an. Ich gucke mich erst mal. Und wenn er nicht mehr lebt, hat sie wenigstens endlich Gewissheit. Sollte ich etwas über Dr. Mac wissen? Okay. War das Mac, dessen Drohne da zerstört wurde? War das Mac der Drohne, die du schraubst? Ja. Ja, es war. Ich habe das nie gesagt, aber bevor ich Mac und Perry hatte, war ich alleine. Ich habe eine Karte, also habe ich eine selbst. Die ersten Leute, die ich mitgebracht habe, waren zwei Leute. Ähm, sehen Sie, es gibt immer noch gute Menschen dort draußen. Das war dumm von ihr, ihnen überhaupt zu vertrauen? Nee. Oh, das ist so eine Fangfrage hier. Ich nehme mal ersteres. Es war ein bisschen zu gut, um zu wahrzunehmen. Ja, es war. Ich war zu nahe, um es zu sehen, zu sehen. Wenn ich aufhebe, alle meine Dinge sind weg. Including meine map. Da bin ich, in der Dessert. Wird, und Hunger. Ja. Ich nehme an, auch diese Geschichte hat kein Appient. Oh, sehr zynisch. Ein Glücksfall von jemandem gefunden zu werden. So sehe ich das gerne. Oh. Ich dachte erst, es war eine Arbeitskamp. Aber es war etwas anderes. Eine Skynet-Research-Fassilie. Sie haben mich lebenswert, aber ich wusste nicht, warum. Ich dachte, ich war der einzige Mensch, da war. Aber nach einem Zeitpunkt kam jemand in meine Kälte. Ein Mann. Gut getrennt, clean-shaven. Willst du mir vorstellen, wer das war? Nee. Ein Typ, einer der Typen, die dich ausgeraubt haben. Dein Zellengenosse. Infiltrator. Es war Dr. Mac. Wissen wir. Können wir nur nicht auswählen. Dann, ähm... Ich nehme mal das Letztere. Einmal mal ins Blaue geschossen. Weil der Infiltrator wird es nicht sein. Obwohl. Der Infiltrator könnte es sehr wohl sein, aber... Hm. Äh, wir sagen mal, ähm... Aller der Typen, die dich ausgeraubt haben. Dankeschön. Danke. Oh. 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 Die zwei Leute in der Dessert, Mack, sie haben mir alle gezeigt. Es ist nicht schön. Die Wahrheit ist, dass ich nur für die Räste kämpfe, ist, dass ich die Menschen nur ein wenig weniger als die Maschine. Uiuiui. Uiuiuiui. Ich glaube, er ist eine dieser Maschinen. Alle werden nervös. Oh, ich kann mit die... Ich kann mit... äh, doch. Hm. Ja, ist ja auch sehr sympathisch, der Typ. Heieieieieieieiei. Oh, Jennifer. Hm. Wo ist Patrick? Wo ist Patrick? Er ist bereit. Ich nehme ihn mit mir. Ich finde, es ist Zeit für ihn, zu sehen, was da drin ist. Okay, und wo gehst du hin? Wo gehst du? Ich gehe raus und schaufe. Don't worry. Ich bin überrascht, um zu weg zu gehen. Ich wusste, wie viel du mich vermisst hat, hat mich nicht zu gehen. Okay. Ist alles okay? Du siehst weit weg. Also, du kannst mir alles erzählen. Okay. Okay. What did your father do? He said that the machines wouldn't take him alive. They kept hammering away. We argued for a minute or two, and I tried to pull him away from the window. He pushed me away. I tried it again, but he shoved me. This time I fell. I didn't recognize him as he was reaching for his shotgun. He said, I shouldn't worry about the machines. They wouldn't hurt us. I don't even remember how. But the gun was already in my hands. I closed my eyes and went somewhere else. Didn't even hear the shot. I didn't hear Patrick's steps either. Hat sie ihren Vater erschossen? Oh, bitter. He saw you? He did. He was staring at me, like I was a stranger. He didn't scream or cry. He just stared. I threw the gun away, grabbed Patrick, and tried not to notice the hole in my father's unmoving chest. As we ran, I could hear them coming, so we found somewhere to hide. Then you came. I wanted to tell someone about all this, but I was afraid to. Hmm. Freut mich, dass du dich getraut hast? Naja. Eher, du musst keine Angst haben, finde ich besser. You don't have to be afraid. I'm not. Not anymore. We talk a lot about how heartless the machines are. Hab ich doch gern gemacht. Hab ich doch gern gemacht. Is it true? Are they human now? Joa. Aussehen vielleicht, aber nicht. Oh, what's with the dogs? Eh, they've been like that ever since they brought that thing in. Okay. Ich wollte jetzt noch nicht raus, logischerweise. Erstmal Dinge verkaufen. Do you need anything? Ja, ja. So, erstmal Tschüss, Tschüss. So, jetzt muss ich mal kurz gucken. Das ist nämlich ein anderer Raketenwerfer, ne? Einzelschuss mit Laseroptik. Okay, Laser gesteuert. Ganz ehrlich. Ich verkaufe die Raketen, weil ich weiß halt auch gar nicht, ob ich den bei der so, ein bisschen was verkaufen müssen wir. Ich kann nicht alles mitnehmen. Ich bin dafür, dass ich Oh, was ist das? Plasma TC16, das sieht nach einem Ha. Ich glaube, das könnte mir mehr gefallen als die kniffte, weil dann könnte ich die in Short Range behalten, aber hat die ein Visier? Sieht so ein bisschen aus, ich bin mir nicht sicher. Hm. Oh. 3000 leckt mich fett, Alter. Äh. Ich bin mir gerade echt nicht so sicher mit dem Raketenwerfer, ne? Kostet 3000. Ich kriege gerade mal 1000. Was weg kann, ist Pistolenmunition. Brauche ich komplett gar nicht. Was noch weg kann? Ah ja, die Dinger, die brauche ich alle nicht. Ja, die brauche ich nicht. Komm, Raketen kommen alle weg. Ist egal. Was kosten die im Einkauf? 300 das Stück. Ich habe 100 bekommen. Crazy. Egal, ich habe sie trotzdem verkauft. Es gibt leider kein Lager. Ich wünsche, es würde ein Lager geben. Gibt es nicht. Leider. Ähm. So, dann würde ich noch die Schrotflintmonition wegballern. Brauchen wir nicht. Dann ganz ehrlich, wir brauchen das normale Gewehr auch gar nicht mehr. So. Und ich bin echt kurz davor, das hier auch wegzutun und mir dafür so eins hier zu holen. Waffe mit Plasma-Gewehrtechnik der ersten Generation. Macht 140 Schaden. Ladestreifen 22. Ja, das machen wir. Wir nehmen uns das Ding hier. Ich muss das aber, glaube ich, erst leer machen. Ich glaube, der verkauft das mit den Dings drin, ne? Der verkauft das, glaube ich, mit den Verbesserungen drin. Ja. 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 Dann kriegen 300 dafür. Das ist so krass. Es ist so übertrieben. Das ist, das ist so übertrieben. Es kostet einfach mal immer das Dreifache, aber ist egal. So. Und das alles arbeitet mit Plasma-Munition. Dann habe ich jetzt tatsächlich ausschließlich Plasma-Munition. Was ich jetzt nicht schlimm finde. Nein, 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 nein. Ich habe es verkauft. Oh, scheiße. Ich verliere jetzt Geld. Raketen wollte ich tatsächlich mitnehmen. Müsste ich kaufen, teuer. Ich brauche sechs Raketen für ein Flugzeug. Das ist halt schon echt krass teuer, ne? Vielleicht finden wir welche. Ich lasse das. Vor allem, ich kann es auch nicht verkaufen. Ich kriege gerade mal 1.000 und es kostet mich 3.000. Oh. Und dass es einfach kein Kacklager gibt, ärgert mich so krass. Ah, nee, guck mal, abbrechen. Sehr gut, denn wir haben ja aus Versehen die Rakete, die wollte ich ja nicht verkaufen. Genau. Wie kommen wir uns? 3, 1, 4, falls eine daneben geht. Okay, dann haben wir ein paar Raketen drin. Komm, was soll's. Wärmesuchend ist okay. Ah, die kleinen Päckchen lassen wir mal noch. Machen wir so. Dann können wir das hier noch aufwerten. Äh, Schaden. Schaden. Ich brauche zwei und viereck. Stabilität räumlich. Schaden hätten wir nochmal. Ich hätte gerne eher Ladestreifen oder so. Mh, naja. Ein bisschen mehr Schaden. noch irgendwas mit zwei und einem Viereck. Ladestreifen. wo ich glaube, der Schaden ist mir wichtiger als der Ladestreifen, oder? ist halt so zweischneidiges, ne? Machen wir so. Das waren jetzt 83, ne? 62. Das macht schon Unterschied. Das war's. 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 Untertitelung des ZDF, 2020